Musik Das Sportjahr 2016 war deshalb so hervorragend für die U19 des BVB, weil sie es geschafft hat, wiederholt Deutscher Meister zu werden mit diesen Jahrgangs. Plus sie es geschafft haben, als einzige deutsche Mannschaft sich für die Champions League zu qualifizieren und in die nächste Runde einzuziehen. Musik Wir haben eure Stimme verdient, weil aus diesem Jahrgang mittlerweile zwei Jungs es zu den Profis geschafft haben, weil dieser Jahrgang auch einen Meistertrainer geformt hat, der jetzt die zweite Bundesliga robbt und weil dieser Jahrgang auch nächste Saison noch weiter Vollgas geben wird. Musik 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 Musik